Kostbar. Kostbar ist das, was einen großen Wert hat. Kostbar, es können zum Beispiel sein Teppiche oder Instrumente, es gibt kostbare Gemälde und so weiter. Kostbar heißt auch allgemein wertvoll und wichtig. Und dann kann man auch sagen, meine Zeit ist mir kostbar. Man kann insbesondere sagen, meine Yoga-Übungen, die Zeit für meine Yoga-Übungen ist ganz besonders kostbar. Du kannst selbst überlegen, was ist für dich wirklich kostbar, was ist für dich wirklich wichtig.